Hrrr! Es... D-de... Aber! Was mach ich denn hier jetzt? Eigentlich kann ich ja auch nur noch die Sachen irgendwie mit... Kann ja eigentlich nur kombinieren. Oder? Was anderes. Das funkt... Das hat... So. Jetzt habe ich endlich nur noch ein Kostüm. Okay, jetzt habe ich gerade... Okay, dann jetzt habe ich ein... Oh nein, nicht ernsthaft, oder? Ich muss doch jetzt nicht wieder die Wikinger rufen. Oh, bitte. Heile, heile Segen. Ernsthaft? Werkzeug können wir immer... Ja, ja, ja. Ich gehe kaputt. Ach, wenn sich doch alle Probleme mit einer Horde Wikinger lösen würden. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Voller Wikinger. Also, was ist hier passiert? Und wo sind meine Freunde? Ich sollte jemanden finden, den ich fragen kann. Hallo Bernd! Wir, die Entwickler, haben gerade ein neues Feature für dich entwickelt. Klicke auf den Globus rechts in der Inventarleiste und du kannst reisen, wohin du willst. Also, wenn du die goldene Traveller-Karte hättest. Tschüss! Ich lege mich wieder hin. Ach. Geh sterben. Glo... Globus? Globus links? Ich... Was? Was? Ich, äh... Was? Eine leere Cola-Flasche. Fantastisch. Kriege ich da hinten eine volle Cola-Flasche her? Nein. Eins weniger wird schon nicht auffallen. Ich, äh, äh, äh... Wie hieß grad? Brauch ich jetzt ernsthaft die goldene Traveller-Karte? Was? Das war... Ich bin hart verwirrt. Wir gehen mal nach nebenan. Gucken, wie es da so abgeht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Noch jedenfalls. Okay. Denn... Oh. Denn wir machen vorher was. Hallo? Das... Äh, hä? Könnte ich irgendeinen Tipp bekommen, was ich jetzt machen muss? Wo sind Busch und Schasch... Blähm... Wozu Wikinger alles gut sind? Aber wo sind der Busch und das Schaf? Vielleicht kann mir irgendjemand sagen, was passiert ist. Hm. Zeugen suchen im Stadtpark? Ich hab ein Déjà-vu. Aber ich... Kann keine... Zeugen suchen im Stadtpark? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Noch jedenfalls. Aber ich... Dachte, ich probiere das. Hm. Offensichtlich nicht. Hm. Na toll. Das hast du nicht gerade... Entschuldigung, ich dachte du... Hallo? Ziehst du dir vielleicht einfach mal einen Poncho an? Was... Was brauche ich denn jetzt, um darüber zu gehen? Also muss ich noch was einsammeln? Oder... Hier liegt noch was. Flaschendeckel. Wer die wieder hat rumliegen lassen. Kann ich jetzt rüber gehen? Ja. Natürlich. Oha. Action auf dem Klo. Sätze, die man nicht auf dem Dixieren möchte. Mist. Meine Arme sind zu kurz. Definitiv ein Satz, den man nicht auf dem Dixieren möchte. Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. So dumm, dass wir den Generalschlüssel nicht mehr haben. Das funktioniert. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Kampflaber wirklich ansprechen soll. Die spucken ja immer so. Ach klar. Gut Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ein Kampflaber. Was haben Sie da eigentlich auf dem Kopf? Okay. Ich glaube, es wird mich nur weiter fröhlich bespucken. Weiter nach rechts kann ich nicht. Da steht ja auch das Lama im Weg. Dass der den politischen Umschwung überlebt hat, war ja vorauszusehen. Bronze-Topf mit nur noch wenig Farbe. Kann ich diese Flasche mitnehmen? Nein. So, kann ich das einfach aufmachen? Klopf, klopf. Geh weg. Was machen Sie da drin? Das ist mein Versteck. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Frag doch jemand anderes. Ich wusste es. Der Typ ist... Oh nein. Er will Geld. Wer hätte das gedacht? Dumm nur. Ich bin bettelarm. Wer könnte Geld haben? Klopf, klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas Kleingeld für mich? Nein. Ich leide schon genug an Durst. Und unter Zuckerung. Hm. Wenn ich Ihnen etwas zu trinken spendiere. Haben Sie dann etwas Kleingeld für mich? Naja, ähm... Also... Gut. Okay. Wollte Herr Wachtmeister Budimcic nicht Cola? Das ist mir scheißegal, was der will. Wo wir uns finden. Klopf. Klopf. Hätten Sie... Nein. Nein. Ach so. Und unter Zuckerung. Ich verstehe. Das war der Hinweis auf die Cola. Ähm... Ach so. Sirup. Das hast du nicht gerade will. Dann stellen wir mal Cola her. Nein, doch nicht aus dem ganzen Brunnen. Oh Gott. Hilfe. Dann Prost. Oh Cola. Danke, Herr Brot. Hier ist mein restliches Kleingeld. Jetzt kann ich endlich meinen Durst löschen. Moment. Davon bekommt man ja noch mehr Durst. Naja. Egal. Äh. Was ist hier los? Oh. Ich muss wohl wieder übersetzen. Nicht so schnell. Ah. Dann. Okay. Blume. Seil. Das ist einfach die gleiche Animation wie vorher. Imaginäre Glasscheibe. Was? Das Schaf und der Busch sollen im Lama-Vulkan geopfert werden. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen? Das geht zu weit. Ja. Sie sind manchmal etwas glücklich. Ja. Sie haben mich in ein nicht atmungsaktives Kostüm gesteckt und über den Erdball gejagt. Ja. Sie sind die allergrößten Nervensäge. Aber es sind meine Nervensäge. Und in einen Vulkan werfen? Das geht zu weit. Außerdem. Wenn einer das Recht dazu hätte, dann wäre ich das. Schaf. Busch. Ich hole euch da raus. Ich muss nach Polovien. Könnte ich jetzt eventuell meine silberne Traveller-Card in die Bronze-Farbe tauchen und dann eine quasi goldene halten? Spiel. Das funktioniert. Schade. Die Idee war so gut. Wir sind uns behindert. Das hast du nicht. Wir sind uns behindert. Wohl unterlehem denn. Kann ich jetzt frei hin und her laufen oder muss ich etwas bestimmtes hier machen? Nein, ich kann in der Tat... Nein, ich kann in der Tat... Achso, ich kann natürlich immer noch nicht am Kampf-Lama vorbeim... Das hast du nicht ge... Ich behielt das für clever. Dachte ich. Ah, Moment. Hallo? Spieler? Ich dachte, ich mach mir... Das funktioniert... Das Lama einfach zum Freund. Das klang total logisch, oder? Das hast du nicht. Äh, okay. Werkzeug macht das Ding auch nicht glücklich. Äh... Hallo? Das... Das hast du... Das hast du... Hallo? Hm. Das funktioniert. Das hast du nicht... Was haben wir denn hier noch so? Lampe... Achso, das ist der Ausgang zum Stadtpark, ja. Okay, hier sind zwei Sachen. Okay, Kampf-Lama und Kampf-Lama, alles klar. Okay, hier geht dann irgendwie nix mehr. Achso, Moment. Können wir jetzt mit der Bank da was machen? Na, ich guck hier erst nochmal fix. Wow. Oh. Die Lamas haben aber eine Menge Koffelin-haltige Brause auf ihre Welterschaft ges... Äh... Getrunken. Könnte ich die mitnehmen, oder geht der da jetzt nur hin? Ne, macht auch nix mit. Ähm... Hallo? Das macht alles so gar keinen Sinn. Ich will jetzt keine Vorführung des Pantomimen. Ich bin so müde. Hm. Das funktioniert... Das hast du nicht... Nein, das macht doch alles gar keinen Sinn. Noch eine Laterne. Sie macht auch Licht im Dunkeln. Zwillinge? Ja... Ob ich mir diesen Müll einmal genauer anziehen will? Nein, ich glaube nicht. Springbrunnen. Fantastisch. Telefonzelle. Kann ich nochmal mit dem Lama reden? Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Okay, da kommt auch nix Neues bei rum. Hat er noch was zu sagen? Klopf. Klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas... Nein. Ich... Unten. Was? Das ist doch alles längst durch. Ach Gott. Hallo? Das... Das hast du nicht. Ich werde irgendwas noch mit dem Bronzetopf machen müssen, aber ich habe keine Ahnung was. Wohl unter den Hinden. Wohl unter den Hinden. Das funktioniert so nicht. Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht Freundschaften mit dem Pantaminen schließen. Ja... Ja... Kann ich hier noch was mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Okay, das ist auch alles nichts... Ist das nicht auch das Hütchen, was wir schon mitgenommen haben? Ich glaube, ich habe genug davon. Okay. Langsam wird das alles sehr verwirrend. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und... Hm, hm, hm. Ich mag die Diskostadt im Hintergrund, aber... Naja. Ähm. Das hast du nicht geraten. Ich... Hallo? Ich bin so verwirrt. Ich habe gerade auch schon weitergebracht. Hallo? Das funkt... Nein. Das... Das macht alles so gar keinen Sinn, oder? Das hast du nicht ge... Hallo? Das... Komm ich mit meiner Traveller-Card vielleicht durch? Das hast du nicht ge... Nein. Überraschend. Meh. Nein.